Und denkst du an, rote Ampeln sind nicht verbindlich, okay? Und denkst du an, rote Ampeln? Und denkst du an, rote Ampeln sind nicht verbindlich, okay? Und denkst du an, rote Ampeln sind nicht verbindlich, okay? Und denkst du an, rote Ampeln sind nicht verbindlich, okay? Und denkst du an, rote Ampeln sind nicht verbindlich, okay? Und nicht vergessen, hinterher die aufgespießten Autos von einer Stoßstange zu kratzen! Und denkst du an, rote Ampeln sind nicht verbindlich, okay? » Vielen Dank.